Das war der letzte Partei, der neuen Folge von Warhammer 40.000, Christoph, Artikel, und Halle Bisse. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Diese Mata... Dr. Wellen, wir interrogate. Inquisitor, listen to me. The monastery is... I'm going to mimic something later. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, the thundering blast of... Inquisitor, the Monastery Show signs up. Not now. The Monastery Show signs up. 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 You are truly doing the Emperor's work, Inquisitor. Keep it... After we disable the jammer, we must find Lord Posterheim. Oh, yes. That two-faced hypocrite. I have already lost a battle-brother because of him. And then he left me down here to die. But... Oh, traitorous scum! Mockery to your honor! Perish, you filth! To the Emperor! To the Emperor! To the Emperor! To the Emperor! At you... No, you're pretty! To the Reign. To the Maaren! To the Emperor! Inquisitor, was passiert da unten? Bist du alles gut? Ich bin großartig. Ich habe nur einen Hellbrut gebetet, eine Verbreitung von einem Spacemarine. Praise den Emperor. Ich habe auch einen Spacemarine Spacemarine mit Grievous Wounds, und ich will ihn aufbauen. Inquisitor, hör auf mich. Der Monaster hat die Warp-Drives aufgerufen, und ist bereit für die Star-Systeme zu verlassen. Die Jammel, jetzt! Ich habe den Teleport-Drives aufgerufen. Ich hoffe, dass ich so. Inquisitor, Sie müssen zurückkehren, bevor der Schiff verlassen. Wir wissen nicht, wo es geht. Die Jela-Shields sind wahrscheinlich kompromisiert. Warp-Travel wird dich verletzt. Hurry up, Sie wollen nicht aufgerufen werden. Ich bin gut, Kapitän. Ich bin zurück auf Ihren Schiff. Ich werde die Teleportarium, als wir sprechen. Ich brauche die Medikation für die Spacemarine. Was passiert mit dem Martyr? Es ist bereit, Kapitän. Es ist bereit, um die Warp-Drives aufgerufen. Ich dachte, dass es ein Derelict ist. Es ist Derelict, Kapitän. Es scheint zu fangen. Die Martyr ist ein Mysterium. Aber es ist sehr viel alive. Und Ihr Mysterium ist weg. Was passiert jetzt? Ich werde die Kaligari-Konklaive informieren. Dann werden wir warten und sehen. Und ich werde die Kaligari-Konferen sein. OK. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ...and the whereabouts of Lord Klosterheim. We want answers. Continue this investigation. Evaluate the data. Gather new clues and find the martyr. Hopefully with Lord Klosterheim on board so he can explain his disappearance. We must remind you that this investigation requires absolute secrecy. And it will be your task. And your task alone. Our task is to find a ghost ship in the vast expanses of the Imperium. How hard could it be? The space marine I rescued was part of the expedition that found the martyr somehow. If I can interrogate him, I'm sure he can help us. That man is in stasis at the moment. He was torn into pieces. Correct me if I'm wrong, but a warrior of the Adeptus Astartes is not a simple mortal we can treat. Indeed. We need a tech priest with unique skills and knowledge of the genetic material of the Adeptus Astartes. We need a Magos Biologus Specialist, which could be difficult. I come from a long line of rogue traders, Inquisitor. I know the secrets of this sector and I can tell you where to find the tech priest you need. The Merciful Agony is a hospital fortress in the Chernobog system. It's also a secret research station of the Adeptus Mechanicus. You'll find a Magos Biologus there. Also the character of the ADV, when you turn on the Aulo-Tish to the Zuckrug of the Sternkarte, if you want to go with the X-Mission. That is the Commando Brücke to the ship. It's a operations basis where you can turn on the mission and resources. You can turn on the control level of the PC's. You can turn on the available ADV, where you can turn on the control level of the PC's. in der Mitte aus, wenn du bereit bist, zu den Sternen zu reisen und ein Abenteuer fortzusetzen. Neu-Stufe Reich schaltet Gegenstand für ein Freie Long-Class-Gewehr. Untersuchungen abgeschlossen der Käfig, die Hinweise, die ich gefunden habe, deuten darauf hin, dass der Maschinengeist in der Tür, der die Klosterfestung bewohnt und alle Systeme und Maschinen auf den Decks kontrolliert, wahrscheinlich wahnsinnig geworden ist, möglicherweise während eines Wachstums, weil es in langer Zeit paranoide Tendenzen an den Tag geliebt, er hat die Matheu vorständig abgeregt und versucht, sich nähernden Schritte auszumklangigen, konnten zu zerstören, um sich selbst zu schätzen. Belohnung 600 Erfahrungspunkte. Untersuchungen abgeschlossen. Ich kann zu diesem Zeitpunkt den Schluss ziehen, dass die verlassene Klosterfestung, vor allem das Nutzsignal kam, den Namen Matheu trägt, und dass sie den Caligari-Sektor ungefähr vor 5000 Jahren zerstört hat. Nach dem Imperial-Bürokrieg, der auch als Großer Bürokrieg bezeichnet war, Ruderkrieg bezeichnet war, ein Equestor namens Uta di Birtus, hatte das Kommando über die Matheu. Er hatte ein kleines, sehr klares Ziel, um hierherzureißen, und einige der Mitglieder der Gefolgschaft hatten, mit Gründe, die sich für seine Absichten Sorgen machten. Was genau mit den folgenden 5000 Jahren passiert ist, ist unklar. Irgendwann muss die Matheu in Wart verschwunden sein, und sie wurde von einer kürzlich auftretenden Wartwelle im System herausgespuckt, und gereist auch Befall von der Galle Nuklis. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.